Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Experte, selbstbestimmte Arbeitszeit ist überall möglich. Selbstbestimmte Arbeitszeit ist überall möglich. Selbstbestimmte Arbeitszeit ist überall möglich. Geschrieben von Anita Farke. Einführung. Die traditionelle 9-5-Routine bereits in einigen modernen Arbeitsumgebungen einem flexibleren Modell Platz gemacht hat. Laut Wirtschaftsexperten ist es nicht nur in bestimmten Branchen oder bestimmten Unternehmen möglich, die selbstbestimmte Arbeitszeit zu implementieren, sondern überall. Vorteile der flexiblen Arbeitszeit. Die Hauptvorteile der flexiblen Arbeitszeit liegen auf der Hand. Höhere Zufriedenheit und Produktivität bei den Beschäftigten. Ein flexibler Arbeitszeitplan ermöglicht es den Arbeitnehmern, mit den Anforderungen des Privatlebens und der Arbeit besser umgehen zu können, was zu weniger Stress und besserer allgemeiner Gesundheit führt. Umsetzung der flexiblen Arbeitszeit. Die Umsetzung einer flexiblen Arbeitszeit bedarf einiger Überlegungen und Anpassungen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass es feste Kernarbeitszeiten gibt, in denen das gesamte Team zur Verfügung stehen muss. Darüber hinaus muss das Unternehmen gewährleisten, dass unabhängig von der Arbeitszeit immer jemand erreichbar ist. Dies erfordert auch Änderungen in der Art und Weise, wie Arbeitsleistungen gemessen und bewertet werden. Expertenaussagen. Experten glauben, dass die selbstbestimmte Arbeitszeit überall umsetzbar ist. Der Schlüssel dazu liegt im Vertrauen und der Verantwortung, die einem jeden Mitarbeiter zugemutet werden. Mit klaren Erwartungen und Richtlinien kann jedes Unternehmen, unabhängig von der Größe oder Branche, zu mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit übergehen. Schlussfolgerungen. Die selbstbestimmte Arbeitszeit bietet sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern zahlreiche Vorteile. Die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten und dabei dennoch produktiv zu bleiben, ist in der modernen Arbeitswelt realisierbar. Mit klaren Richtlinien und Strategien kann diese Arbeitsmethode überall effektiv umgesetzt werden. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.